Hey Internet und YouTube, zurück beim Fahrstuhl, wir müssen raus. Wir müssen Po retten. Ich bin bereit. Sesam eröffne dich, oder wie? So muss ich jetzt mal einen Knopf drücken. Wo, wo, wo. Den Nächsten bitte. Was mach ich denn? Ne leere Knarre. Shit. Könntest du, schneller, laufen. Ich hab's nämlich echt eilig. Dankeschön. Donkyposts Zimmer gehen. Alright. Ich weiß, das ist nicht Donkyposts Zimmer, aber ich möchte mich trotzdem umsehen. Okay. Darf ich das? Okay. Darf ich nicht? Okay. Mal blöd im Kreis. Mal klar. Boah. Shit. Gehen wir aus dem Wegstuhl. Ja, warum hab ich jetzt die Pistole in der Hand? Warum bleib ich nicht im Zimmer? Warum bleib ich nicht im Zimmer? Boah. Hey! Ganz schön gecheatet hier durch das Ding. Meine Energie, Freunde. Hört mal auf damit. Mann, was einen Schritt ausmacht. Okay. Hey. Stopp nicht. Uh, der war gut. Okay. Ja, und ich freu mich. Über jeden Treffer. Das ist nicht so selbstverständlich. Das Licht. Oh no. Hacken. Shit. Kenn ich mich aus? Kenn ich mich aus? Kenn ich mich aus? Oh Gott. 0. 1. 2. 3. Oh, mit Zeit. Oh, no, 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 no. Falscher Wert. Oh Gott. Ab, 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 ab. 2. 3. 5. Ha, ha, ha. 3. 2. 6. 7. 8. Dankeschön. Yup. What weight? What weight? Meine Energie, verdammt, warum? Komm her, komm her, komm her. Jetzt muss ich wagen. Ich bin schon wieder voll mit der Muri. Was soll ich hier folgen? Okay. What? Wow! Mach Kontroll! Kontroll! Für die Deckung, mein Freund! Hab ich die gewicht? Shit, wer das Explosions gibt? Oh Gott. Sie kommen hinter uns! Nee, ich muss diese Explosions benutzen. Auch wenn niemand hier steht. Oh, damit ich sie benutzt habe. Oh fuck! Das ist meiner, okay? Nur um sicher zu gehen. Now what? Mein Freund? Tell me. Gib mir die Informationen. Can you give me information? Komm her jetzt wieder von hinten? What? Is... Going on? Excuse me? Sir? I want to kill, but tell me. Ich gehe von diesem... Feind, das ist... ...hier entgegen. What? Meine Güte, komm! Entfernt man sich fünf Minuten? Au! Oh mein Gott! Ich hab den eigenen! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Nicht hier rauf! Kontroll! 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 Nice work! Nah man. We just got lucky. When was our backup? I mean, who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings. Even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here! Lebt hier noch irgendein Arzt? Das wär echt... More cops! Kiddo! Kiddo! Muyo! Ich hab'n neues Auto. Keine Panik. Die hänge ich ab in... ...in Nullkomman nix. Das ist nicht mein Auto. Ich hab'n neues Auto. Ich bin schöner. Boah! Ich hab'n... Schießt du? Du schießt. Guter Sprung! Ich hoffe, du hast nicht dagegen, dass ich dein Auto... ...kaputt mache, oder? Oh, das... Und komm'n, komm'n. Gas, 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 Gas. Und komm'n, komm'n. Kommt schon wieder einer! Gas, Gas, Gas hier rauf. Perfekt, perfekt. Du schießt. Du schießt. Du schießt. Du schießt. Du schießt, dass du da bist, Wei. Ich mag'n, dass du mich aufhörst. Ich mag'n, dass du mich aufhörst. Also was ist? Du schießt. Es geht mit Uncle Po. Aber ich schießt, Krieg. Ja, aber gegen wen? Die Leute waren 18,000. Und ich beginne zu wundern. Viele Leute stehen für den Vorteil, wenn Uncle Po nie die Krankenhäuser verlassen. Er könnte rauskommen, oder... Was machst du da? Sorry. Red noch weiter. Hab' ich dich wieder gebrochen? Es tut mir leid. Ich hoffe so. Aber Daugeyes ist weg. Und das Scheiß immer passiert. Es könnte sein, dass... jemand zieht Stränge. Versuch' ihn für einen Weg, der sich in Kontrolle in der Trier. Ich denke, ich werde dich hier verbrechen. Die Gäste werden sich aufhörst. Hey, Ricky. Bleib dich fest. Es gibt nicht so viele decenter Leute in dieser Gang. Okay. Okay. See you. Bye. Bye-bye. Da kommt schon Stufe 5. Jesus. Wurscht. Wurscht. Da kommt ein Polizei. Ich bin ganz ruhig. Ist das jetzt mein neues Auto? Wohin hab' ich mir eins gekauft? Was ist denn hier hinten? Halte ich den ganzen Verkehr auf? Gott. Gott. Sehr gut. Ähm... Jetzt ja zum Abschluss gehen wir nochmal... Hey, das war anstrengend, okay? Ich muss ein bisschen entspannen. Und ich entspann' am besten... Und ich will Klamotten essen. Hier ist ja nichts. Oh Mann, ihr sind Idioten! Okay. Dann... Gibt's Prügel! Prügel! I'm all in! Ist das die Zwillinge? Nein, die sind Drillinge. Drillinge! Den kann ich ja nicht packen. I see, I see, I see, I see, I see... Was mach' ich? Haha! Oh shit! Beide! Komm, 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 komm! Ah, ich hab's geblockt! Das Spiel wusste davon nichts. Ich war zu schnell. Siehst du? Meine Reaktionen... Dann ist mein Kopf schon klar erfasst. Deswegen... Versage ich manchmal. Weil ich einfach viel zu schnell bin. Aber dann kommt die Steuerung nicht hinterher. Was ist denn, was ist denn, was ist denn? Oh, schöner Abschluss. Okay. Wozu war das gut? Einfach so? Aber auch um mich zu brügeln, oder? Okay. Wunderbar. Nö, find' ich eh super. Mach' ich gerne. Danke. Wo ist eigentlich... die Dame mit den Kopfhörern? Ich hab's wieder vergessen. Was? Hier! Open! Ja, das ist ein Parkplatz. Und zwar meiner. Wenn du ein Problem damit hast, das ist ja das falsche... Geschäft hier. Servus! Would you like to improve your load? Yes. So, let's attack a load. Du hast hier nichts, oder? Go down! Das ist... Der schreit hier im Hintergrund. Das ist ja äh... Very proper. Fünf Prozent, zehn Prozent Rabatt. Im Braun. Da mit ein bisschen Abwechslung. Was ist... Was ist das für Poly and Dynamite? Okay, hier gibt's... Nur das falsche Business-Tipp. Ja, gib mir halt das Braune. Einfach so. Das ist sehr respektabel. Ähm... Die seh ich sowieso nicht. Du kannst mich genauso gerne... Irgendwie... Das hab' ich doch schon zehnmal... Komm her. Wir sind glücklich, dich zu servieren. Meine Ancestors schauen dich auf dich mit Appreciation, Sir. Yes. Ich hab' kein Wort verstanden. Okay. Das war super. Wir haben das gemacht. Wir haben eingekauft. Was gibt's? Kommst du hier nicht vorbei, oder bist du... Okay. Ich bin zu bescheuert. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Und dann mach' ich... Was? Ich weiß, die Cop-Dinge, aber... Ich muss mich schlafen legen. Okay. Dann mach' ich das sowieso, wenn ich aufhöre, oder? Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zusehen. Vielleicht ist das verstanden. Danke fürs Zusehen. B instantly prove Doc. Das weg ist das Grund der Beisagacht. Dennis Kahnfutter. SBAS 6TI-2004. Er... Was?